Aus der Geschichte lernen, die Zukunft zu meistern. Heute noch lassen sich die Höhen und Tiefen der History aus den zurückgelassenen Bauten und aus dem Landschaftsgefüge erkennen. History, seine Spuren und Reste präsentieren heute noch einen Spiegel der früheren Landschaften. Das zeigt der Film. Die Regionen Rhein von Mainz bis Koblenz und weitere Gebiete aus dem angrenzenden südlichen Rheinland Pfalz. Hallo, wieder ein Beispiel aus der Geschichte lernen, die Zukunft zu meistern. Untertitelung des ZDF, 2020